Schlecht! Ja sagt wieder Noob! Oh mein Gott! Your problem! Ken! See! Best... Best trolling Timo ever! So bad! See you ever gank and have screed Ehm... Aha! So, mal wieder EXTREM die KISS... Die KISS... Sie wagen es nicht zurück... Die KISS... Die KISS... Oh, danke! Nyeee... Baby... Sit... Monster... Ja, das Game ist so etwas unschrecklich! Der Gegner hat einen Turm zerstört! Oh Gott! John der Zweite! Timo is bad... Ich bin unerreicht! See... Items from... Ehm... Timo... Mastige Frau... A KISS... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ORE intraan is also good! Hatsaki! bahnesta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Timo... Im zuz.... Schlauersacker 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 Nooo ever 2-1 Ever Ever Top So Schalala Immer muss dieser Charakter gespielt werden Nein, ich greife nicht an! Mein Gott Siiii Noob Sollts Ehre prägt dich Zu Oh Oh mein Gott ist der schlecht Sofort Sofort Was will der mit dem Ohje Nur Noobs herum Ich halte mich niemals zurück Der setzt die Pilze voll dumm herum Tis Tisku Andere versuchen es Mir gelingt es Hehehe Das war auch geil Das war auch geil aber Trotzdem voll blöd Also in Doors Wo man die Gangs Schon lange Zu nahe ist Zu nahe ist an den Gangs Der hat so eh Angst dieser Teemo Schrecklich Ja Jaa Setz du einfach mal nicht mehr Nehmen wir wenn ich die A einsetze Scream Kein Zürger Kein Zürger Jetzt Jetzt rutscht er natürlich Aber ich Gehe den noch nicht angreifen So Präzision und Grazie Ja Ja Zumal ist der jetzt schon gestorben Dreimal okay geht noch Ha 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 Aha Ein Gegner wurde getötet Ich bin der Beste Ha ha So leicht kann man einen Fuhrer töten Fliehen geht bei Fuhrer nicht Du könnt ihr vergessen Ja Zwei Kills die extrem schnell sind Und wenn man da noch So Turbos Kills Hier Also den Geist mitnimmt Dann hat keiner eine Chance zu fliehen Oh der Der kommt wieder nicht da Nacht Zu einem Noob Kaffee Kaffee Kannst Kaffee 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 Zie Kaffee Solltsch Ehre prägt den Stil Noob Kaffee 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 Tлив Kaffee Schef Klinge Kaffee Nimm die doch. Ich pushe. Ich geh nicht zum Ding. Nein! Ihr habt alle Angst vor Fiora. Müsst gar nicht kommen. So. Wieso seid ihr so schlecht unten? Oh Gott! Ein Schritt auf! Schärfene Finger, schärfene Hand. Und er stirbt immer wieder. Er stirbt immer wieder. Soll Ehre prägt den Stil. Er stirbt immer wieder. Ist ja klar, dass alle auf Timo gehen. Timo ist der beste Noob. Klarabend. Das macht einfach keinen Spass. Oh mein Gott, jetzt kommt die. Die wurde extrem gebufft irgendwie. Voll. Das war mal eines der schlechtesten Charakter. Und jetzt wurde sie so extrem gebufft, dass sie so extrem schnell kann. Äh. Ding. Bot ist top. So. Wir gehen jetzt direkt auf. Nein, wir gehen. Wir gehen auf diesen. Wo ist dieses Teil? Ähm. Der Hammer. Der Hammer ist bei Schaden. So. Oh mein Gott. Müssen wir immer helfen. Oh je. Oh je. Das war halt so schlecht. Mein Gott. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich hab doch keine Chance. So. Best. Fe. Dead. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Naja, kann man nichts machen. Ich wollte helfen, aber hab's ja da. Ich bin unerreicht. Nichts mal top. Nichts mal top bleibt er. Er muss sofort wieder zurück. Dieses top. Dieses dumme Teil. Death. Please. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können nicht mal deffen. Soll das eine Herausforderung sein? Die können nicht mal deffen. Habe ich die einzige positive KD? Oder was? Nein. Seht er auch noch. Aber sonst alles negativ. Geh du mal top Timo. Du hast hier nichts verloren. Du hast zu wenig Reichweite. Bereitet euch vor zu sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Timo. Du hast hier viel Aufwand von Timo. Wow. Das ist schlimm. Kein Zöger. Timo. Ich bin unerreicht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. This is skill. Best. Oh man, ich kann nicht alle klicken. Klar. Schon am Anfang. Und Grazie. Schlag schnell und schlag glücklich. In einem Augenblick. Nein, nicht die Chin...